Man sagt bei uns am Grund, das Krankwern ist nicht gesund, da muss man immer hauglich sein. Wenn mich die Ose juckt, wenn mich der Magen drückt, da greif ich gleich näher dich ein. Ich hab im Keller drunter versteckt, mein Apotheken angelegt. Ist es ein Husten oder ein Stachen? Ihr Wern kann Doktor nicht brauchen. Ein guter Tropfen, so dreimal täglich, das ist ein Hausrezept aus Wien. Ein guter Tropfen, dreimal täglich, das ist die beste Medizin. Und wenn mal ganz was besonders los ist, gibt's zum Verzweifeln gar keinen Grund. Dann nimmt man heute eine stärkere Dosis, dann ist man wieder pumper und gesund. Ich brauch kein Kodein, ich brauch kein Kokain und wie das ganze Giftzeug heißt. Das kommt aus aller Welt, na ist nicht schade ums Geld, was man für sowas aus sich schmeißt. Viel g'scheiter ist es, dass man schluckt, ein bodenständiges Produkt. Mein euter Wahlspruch heißt seit Jahren, sauft, kauft österreichische Waren. Ah, guter Tropfen, so dreimal täglich, das ist ein Hausrezept aus Wien. Ah, guter Tropfen, dreimal täglich, das ist die beste Medizin. Und wenn mal ganz was besonders los ist, gibt's zum Verzweifeln auch keinen Grund. Dann nimmt man heute eine stärkere Dosis, dann ist man wieder pumper und gesund. Bin ich einmal so frisch und gesund als wie ein Fisch, was sag ich, jetzt ist es so ein Gefrett. Kreuz, Donauwetter, fix, heut freut man wirklich nix, heut brauch ich gar keinen Tropfen, nicht. Jedoch beim Nachtmäu denk ich mir, vielleicht steckt doch ein Grip in dir. Drum wär es g'scheiter und auch praktisch, du saufst, heut hält, profilaktisch. Ah, guter Tropfen, so dreimal täglich, das ist ein Hausrezept aus Wien. Ah, guter Tropfen, dreimal täglich, das ist die beste Medizin. Und wenn mal ganz was besonders los ist, gibt's zum Verzweifeln auch keinen Grund, und dann nimmt man heute eine stärkere Dosis. Dann ist man wieder pumper und gesund. Applaus Geräusche Applaus 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 Vielen Dank.